Ode, 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 hier ist Elisa, wir spielen Seven Days to Die und sind in B-B-B-Ber-Ber-Ber-Sington. Bersington. Und, und, es gibt kein Ausweg hier, Leute. Es gibt kein Ausweg. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll hier. Ich muss in die Bücherei rein und was ist dies von Zombies belagert? Die hab ich da alle reingelassen, ich Idiot. Oder war das nicht der Zwergenschütte, der schuld war? Hä? Was sagst du, Zwergenschütte? Warst du schuld? Äh, ne. Ja, da war ich auch nur drüber. Siehste, hab ich nur gesagt, dass ich hier nur war. Moment. Wo hätte ich meine Handgranaten gehabt, Zwergenschütte, ne? Ja, was wär denn dann? Ey, viel besser dran. Ja, was packst du die auch weg? Ich muss mal gleich nachher gucken, wo die Handgranaten geblieben sind. Aber das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil ich das jetzt auch noch nicht weiß. So, hier waren wir auch noch nicht im Haus. Noch! Ist hier alle? Ja, da kommt kein Haus mehr nach. Da komm ich dir auch noch über Zwergenschütte. Wär ich mal hier reingegangen, dann wär ich auch nicht gestorben, nix. Hier reingehen und dann darüber arbeiten. Das wär alles gegangen, Leute. Aber ich muss ja wieder unbedingt, unbedingt muss ich ja wieder in die richtige Tür rein. Ich kann mich nicht mehr schütteln. Aber das ist schon so weit. Sieht her. Sieht her. Oh, weißt du was? Nee. Ich schieße die alle von hier oben ab. Ist mir egal, wie lange das dauert. Ich hab, ich hab, Moment. 133 Schuss noch und das reicht. Pass mal auf. Vielleicht sollte es mit deiner Schießerei mehr Lärm machen. Vielleicht soll ich mal herangehen, Zwergenschelte. Vielleicht auch noch, ich guck dir halt mal an. Komm mal du auf, hab ich schon gelernt, ey. Okay. 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 Was hat gesehen, der, der, der Polizist ist im Baum fast hochgeklettert. Ich muss meine Bäume alle wegknallen, die ich da hab. Ja. Schon ein bisschen echt gut geworden. So, ein, zwei Handcremmer an da rein. Dann wird das alles gegessen, ihr Zwergen Schilte. Ja, ich weiß aber. Der liebe Gott hilft dir. Scheiße, hier ist kein lieber Gott. Wird das hier ganz um das Haus rum, was meinst du? Ich meine nicht. Nee. Kommst du hier nochmal rein? Ja. Kein Problem. Nee. Nee. Mensch, Mensch, Mensch da. Du spielst mal wieder auf ganz schön gefährlich hier. Mann, doll. Wo ist denn jetzt die Bücherkai? Das weiß kein Mensch Also hier ist er nicht Ja, das sehe ich auch Aber ich glaube, hier warst du schon unten, oder? Das lockt die ganzen Zombies nicht wieder hier hin Die brauche ich gar nicht locken, Zwergenschelte Die kommen von ganz alleine Wo ist sie? Die verkackte Büchereis-Fernschelte? Kann man nur von vorne sehen, du Hier ist die, pass mal auf Ist gar keine Bücherei Ist ne Apotheke Da ist er, auf der anderen Seite Du hast mich veralbert Mal wieder hast du mich veralbert Du veralberst mich nur So, jetzt arbeiten wir uns über ein Dächer vor Und dann können die gar nicht Dann wissen die gar nicht, wie denen geschieht Zwergenschelte Pass mal auf So So Mönch Hier muss aber langsam mal Ruhe rein kommen Hier in das Spiel Mönch Was ist das denn jetzt? Ja, du bist voll streher Wie ist das denn? vielleicht Du bist voll Gerhard O Wie ist das denn? Jetzt Wie ist das denn? Wir Ich will nur die Handelbars haben, Leute. Nur die Handelbars. Und alles andere, was wichtig ist. Boah, das gibt's doch nicht, dass ich so kämpfen muss, damit ich meine Klamotten hier krieg. Ich hab da alles schon gegeben, Zwergenschütte. Ich hab alles gemacht. Ich hab die Punkte verteilt und alles. Ja, ich weiß. So, und wo ist jetzt die Bücherei? Ist da, ne, ist nicht. Ja, hier glaub ich liegt, dass die ist. Aber hier ist noch, 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 Moment. Sniper, ist schon mal ne schöne Sache. Wenn's bald klappt, dann ist sie auch gar nicht so übel, Zwergenschütte. Manel, gut, aber Zeit, dass wir was finden, was wir brauchen. Moment, eh mal was essen und trinken, Leute. Anders geht das jetzt nicht. Den kann ich auch noch lesen. Den kann ich auch noch lesen. Den kann ich auch noch lesen. Ja. Einen Moment mal. Was ist? Ich wusste. Hast du da wieder alles richtig gemacht, Zwergenschütte? Ich hoffe schon. Du hoffst, du hoffst. Ja, du hast auch den Knall nicht mehr gehört. Du hoffst, du. Du geht es einfach nicht mehr 주고úng, mit dem Knall zu bellen Ölgitzen gibt es eine Musigne Ils in Chaika. Was hat es nicht. in den tanken die verzeihen was das hier aus 1 als krepp was hier dass sie da und ich war ja verstehst du schon nicht fünf stück für einmal das spricht dich aus so jetzt haben wir ja stand die bühne ganz schnell gibt es doch nicht dass ich da zweimal unterfallzwerden schelte was ist denn jetzt vor ich weiß noch nicht ich will auf jeden fall noch ein bisschen hier ja so geht das nicht ich hab noch immer keinen buch in die bücherei rein ganz schön schön das versuchen wir nochmal und so lange was machst du dann ja dann geh ich hier nach haus rein essen hab ich noch trinken hab ich noch bekloppt die füchere alle so richtig nett ist das hier in der stadt nicht da magst du recht haben man wird es halt wieder versuchen vielleicht morgen früh vielleicht gute nacht ich muss erst mal wieder vernünftig laufen können leute so geht das nämlich nicht so kann ich ja noch nicht mal irre oder sonst was ne so geht das nicht mir bin ich doch gerade schon nicht hoch gekommen ne was ist heute die fehlt so ich könnte ja auch heute nacht noch ein bisschen iron abbauen kommen die ganzen zirn bis hier in zwergenschelte und da passiert mir dann da hinten an der bücherei nichts mehr also ich fand schon zum schluss warst du ganz schön nahe dran hast du denn jetzt gemerkt wo die bücherei war ne du ne also irgendwo hier in dieser straße ah ich glaube hier auf dieser seite ne einer von den drei bücher häuser muss das sein das war zieht die ganzen zirn bis hier in zwergenschelte was hältst du davon also ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist odi 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 ja was ist du odi 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 mal gucken wie lange ist es gesprintet eine stunde elf minuten paar sekunden noch ist das jetzt realzeit oder ist das hier äh zombiezeit keine ahnung ich nehme an das ist realzeit wo sollen die zumindest zu mir kommen was ist denn jetzt vor erst mal baue ich hier eisenach zwergenschelte so ein bisschen jedenfalls ja wenn die zombies dann alle in einer seite sind dann haue ich zur anderen seite ab und dann sind die alle alle stadtzombie sind dann hier und dann suchen wir das die bücherei und dann wird das schon gehen und dann und dann und dann und dann So, siehste, pass mal auf. Ja, das tu ich. Die locken die alle hier auf eine Seite. Und wenn sie dann da in dem Loch gefangen sind, Zwergenschilte, dann können wir auf der anderen Seite hier von da wieder abhauen. Ja, aber hier kommt doch kein Zombie hin. Ja, das seh ich jetzt auch. Du kannst doch nicht durch das Gitter schießen. Hätte ich meine Handgranaten gehabt, wäre ich schon lange fertig jetzt. Ja, ich weiß nicht, wo du deine Handgranaten gelassen hast. Hier sind die immer noch nicht drin, ne? Die kann ich wegtun. Den einen hier braucht auch kein Schwein eigentlich. Ja, gut. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ja, auf jeden Fall nicht mehr so viel. Da ist aber auch nicht mehr so wenig, Zwergenschilte. Ich glaube, das geht heute Nacht erstmal weiter. Wir setzen uns jetzt hier ein bisschen hin, Leute. Und wenn ich dann wieder loslaufe, wir beruhigen die Leute hier erstmal, alle Leute. Und dann gehe ich nochmal los. Ich sage mal ciao, ciao und bye, bye. Bis heute Nacht.